Servus und herzlich willkommen zurück zu Total War War Ima 2 mit denen von Karsteins und mit dem Eagle. Ja, wir sind mitten in der Schlachtansicht. Wir haben das letzte Mal gesehen, wenn man die KI das machen lässt, hier die Schlacht gegen das Chaos, dann gehen die ja bei uns alle drauf, die Truppen hier. Also wir haben aktuell noch die Truppen vom Roten Herzog und die Verstärkung von Manfred von Karstein kommt jetzt dann hier aus der Ecke. Das Ding ist, ich werde jetzt einfach diese Gefechtswiederholung euch jetzt zeigen, denn ich habe das Ganze jetzt schon gespielt, ich habe das schon gemacht. Ihr seht jetzt hier also nur eine Wiederholung, aber ist vielleicht auch ein bisschen besser so jetzt in dem Fall, weil das Gefecht war wirklich stressig und so kann ich ein bisschen besser kommentieren. So, also der Plan war eben wie folgt, man kann sich das hier anschauen. Also das ist die Infanterie hier vom Roten Herzog. Wir warten jetzt erstmal auf die ganze Verstärkung und formen da eine Infanterie-Linie. Okay, ich habe jetzt mit der Kavallerie und den ganzen Truppen hier versucht, hier über die Seite zu kommen, weil letztlich, wenn man sich das hier anguckt, ich glaube P war, genau, P ist Pause hier. So, wenn man sich das mal so anschaut, hier ist der Todbringer. Das Ding kann bei Infanterie-Formationen richtig, richtig wehtun und den musste ich auf jeden Fall ausschalten, den Todbringer, der musste weg. Und dafür habe ich mir gedacht, okay, mit dem Roten Herzog als Kavallerieanführer könnte das klappen. Wir kommen von der Seite, schauen, dass wir da möglichst schnell gut reinraiden, vielleicht noch mit den Wahrgeistes dann rübergehen, um hier alles wegzumachen. Gucken wir uns kurz mal die Formation der Chaos-Soldaten hier an. Wir sehen, dass hier Auserkorene haben wir hier, eine ganze Menge Auserkorene, und die tun richtig weh im Nahkampf. Also die sind im Grunde, ja, die sind eigentlich von der Stärke her noch stärker als die Verfluchten mit Zweihandwaffen. Die tun richtig weh. Dann haben wir hier so Streitwagen. Die tun auch richtig weh gegen Infanterie. Die müssen wir schauen, dass wir die irgendwie ausschalten können hier. Und davon hat er immerhin vier oder fünf Stück von diesen Formationen hier. Dann sehen wir hier Kavallerie. Klar, die ganz normale Speer-Kavallerie, das ist jetzt nicht so spektakulär. Aber hier haben wir dann also den Anführer selber auf einem Pferd. Hier dann, achso, nee, das ist der Anführer, das ist hier irgendwie so ein Zauberer, glaube ich. Und hier haben wir dann auch nochmal einen Zauberer. Also, das ist eine gute Armee. Das ist eine echt sehr gute Armee. Und da müssen wir jetzt eben schauen, dass wir die brechen. Und deswegen würde ich sagen, wir gucken uns das mal an. Wir sehen hier, das Chaos nimmt Aufstellung. Und da kommt der erste Todbringer geflogen. Und das tut richtig weh. Bats! Voll in unsere Formationen rein. Ich glaube, drei Modelle sind gestorben. Boah, was war das denn jetzt für ein Hänger? Äh, toll. Äh, haben einen kleinen Framedrop gerade drin gehabt. So. Hier unsere Wargeists. Oh, das geht sogar. Es ist kein Modell gestorben. Und man sieht jetzt hier, wie unsere Strategie aussieht. Wir sehen hier die Kavallerie. Bats! Ja. Das tut sehr, sehr weh. Man sieht hier auch, kommt hier schon die nächste Kugel angeflogen. Aber die Wargeists schaffen es. Und, äh, der Gegner hat vergessen, seinen Todbringer zu sichern. Das tut jetzt auf jeden Fall mächtig weh. Äh, ich glaube, wie die Gulasch da draus machen, müssen wir jetzt hier gar nicht mal so dringend filmen. Äh, gucken wir mal hier. Hier ist also die, äh, Infanterie da hinten. Kann man sehr schön sehen. Die sich jetzt hier gerade zu einer großen Linie formiert. Da hinten habe ich dann noch einen Wargulf und die Kavallerie irgendwie vergessen. Die schicke ich dann später noch ins Gefecht. Wir sehen hier, Manfred kommt. Zusammen mit der Kavallerie, mit seiner Kavallerie. Und den Wargeists, die jetzt ordentlich mitmischen werden. Das würde richtig wehtun. Ansonsten hier sehen wir, unsere Kavallerie ist im Gefecht gegen diese... Oh Gott, was ist das denn? Ja, das habe ich auch noch nie gesehen gehabt. Das war offenbar irgendwie so ein Seelenraub oder sowas in der Art. Hat auf jeden Fall echt wehgetan. So, Manfred hat hier gerade mal ein bisschen, äh, gespellt. Ja, wir sehen hier, die Wargeists im Nahkampf machen echt einen guten Job. Und ich habe sehr oft heilen müssen während dieses Gefechts, muss man vielleicht dazu sagen. Wir sehen hier also unsere Reiter, die eilen hier im Grunde von Formation zu Formation, um möglichst viel Schaden anzurichten. Dasselbe gilt natürlich für die Wargeists. Hier der Todbringer, der Todbringer ist natürlich jetzt Schrott. Da ist nichts mehr mit. Manfred ging dann hier in den Nahkampf, um ein bisschen zu frühstücken. Die Kavallerie misst sich mit den gegnerischen Streitwägen. Wir können uns das ja mal kurz angucken, machen wir den Kinomodus gerade mal aus. So. Ihr seht, äh, mit unserer Kavallerie geht es hier langsam zur Neige. Man kann sich das hier schon, schon gut vorstellen, ne? Das tut schon weh. Aber trotzdem, die Infanterie ist jetzt demnächst da. Und die wird richtig reinhauen. Ähm, jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich glaube, der Warge, äh, die, der Wargulf ist schon im Kampf, ne? Ja, der Wargulf kloppt sich hier mit dem gegnerischen Anführer. Und der ist so gut wie Ripp. Ihr seht das ja hier. Der wird bald abhauen. Es wundert mich, dass ich jetzt so Framedrops habe. Woran liegt das denn? Ich habe keine Ahnung. Aber, äh, man sieht es hier als unsere Kavallerie, unsere Kavallerie hat im Grunde ausgespielt. Da passiert nicht mehr viel. Die Außer-Kohonen können sich so langsam formieren und werden jetzt demnächst in unsere Infanterie reinrennen. Alter, Alter, was ist denn los? Ich meine, es hat doch während der Schlacht selber nicht gedroppt. Naja, ist auch egal. Gucken wir uns das Ganze mal aus der Gegenwartsperspektive unserer Verfluchten hier an. Wie ging das gleich nochmal? Ging das nicht mit Steuerung irgendwie? Äh, äh, Steuerung. Steuerung. Ah! Oder? Ging das nicht so? Nee. Ähm, ich wollte das mal von der Kameraführung sehen. Äh, mit den, mit den Optionen. Moment mit der Steuerung. Hätte ich vielleicht vorher gucken sollen, aber, ähm, da gibt es doch so ein, hier so ein Kamerafokus, oder was das war. Äh, nee, Kameralesezeichen, bla bla bla, nee, 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 nee. Sonstiges, äh, Befehle. Nee, das wollen wir alles eigentlich nicht. Äh, Gefecht. So, genau. Auswahlsteuerung, Kamera beschleunigen, Kamera verlangsamen. Nee, brauchen wir nicht. Ähm. Okay, das ist einfach nur der, naja, egal. Müssen wir mal schauen. Haltet beim rechts. Ah, alt, alt links. Okay, drückt beim Loslassen. Achso, nee, das ist einfach nur die. Na toll. Okay, kann man jetzt also hier nicht so, nee, nicht, äh, fokussieren, oder? Kamera, Rotation brauchen wir nicht. Kamera hoch, runter, naja, egal. Gut, vergessen wir das gleich mal wieder. Gehen wir zurück ins Gefecht. Gucken wir uns das gleich mal an. Ah, man kann hier nur so fokussieren, sozusagen. Aber gut. Wir sehen es hier. Da, äh, Manfred ist da inmitten der Formation. Und hat richtig, richtig Spaß. Allerdings muss man sagen, äh, Manfred ist ja nicht unverwundbar. Und der geht hier doch schon ziemlich runter. Also, man sieht es jetzt hier noch nicht so. Aber der geht gleich richtig runter, was die Lebenspunkte angeht. Weil er inmitten dieses Blobs da steht. Das, äh, ist ein bisschen kritisch. Aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Der Mortesschrein macht einen guten Job, muss ich sagen. Die Klaue des Nagas. Hier wird ordentlich draufgehauen. Und, äh, der Streitwagen hat keine Chance hier gegen den Wargulf. Ansonsten, wo ist der gegnerische Anführer gewesen? Äh, ach, der liegt hier. Der gegnerische Anführer ist tot. Den hat hier unser Fluchfürst erledigt. Und der geht jetzt hier zurück ins Gefecht. Also, sehr, sehr gut. Läuft sehr, sehr schön. Und, ja, man sieht es ja jetzt. Jetzt geht dann hier dieses, äh, Nahkampfgebettel los. Können wir mal so ein bisschen schauen. Und man muss einfach sagen, die Außerkorenden sind deutlich besser als unsere Verfluchten. Ja, es ist so ein bisschen unfair, wenn man sich das so anguckt. Die sind halt einfach so riesengroß, die Außerkorenden. Und die Verfluchten, die geben ja wirklich ihr Bestes. Aber sie sind halt einfach nicht so gut gepanzert. Und das ist richtig, richtig übel. Wenn wir uns das uns auf der Seite angucken hier. Auch die Verfluchten mit Zweihandwaffen haben massive Probleme gegen die Außerkorenden. Das ist richtig unschön. Der Mord des Schrein da hinten ist gleich fertig, wie ich sehe. Alter Falter, das ist aber echt ein heftiges Battle. Mir gefällt das richtig gut. So, wie ist hier los? Ah, hier haben wir auch nochmal die Außerkorenden. Außerkorenden, Außerkorenden, das ist ja ein riesen Battle ist das hier. Auch die Wahrgeists hauen sich nochmal rein. Hier ist da noch ein Zauberer, der auch noch Ärger macht. Ja, und hier ist Manfred inmitten eines Blobs. Das ist auf Dauer natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Wir sehen hier, die Kavallerie hat gegen unsere Verfluchten keine Chance. Und der Wargulf, ja, der langweilt sich offenbar gerade so ein bisschen. Ich habe den offenbar ein wenig vergessen. Äh, unsere Kavallerie macht hier gerade Zapse Rapse mit den gegnerischen Truppen. Hier ist ein verfluchten Bataillon offenbar komplett ohne Job. Hier sehen wir es schon. Wir gewinnen langsam die Oberhand. Es dauert, aber wir gewinnen die Oberhand. Was ist denn hier los? Ah, der Mord des Schreins ist da. Der Mord des Schreins, der ist ganz wichtig. Der macht ordentlich Schaden. Ja, und die Verfluchten mit 200 Waffen haben hier auch ihren Spaß. Da geht es richtig ab. Ah, und der Wargulf ist da. Der Wargulf ist da. Ich weiß gar nicht, welches Ziel ich ihm gegeben habe, aber wir sehen hier, unsere Infanterie kommt und der Wargulf kommt auch noch. Und der kommt jetzt von der Seite rein. Oh, geil! Guckt euch das an. Der pflügt da richtig durch die Einheiten durch. Ja, der Zauberer hier hat, glaube ich, keinen Bock mehr. Batz! Der ist einfach nur großartig, der Typ. Ich mag den Wargulf. Und hier kommt nochmal unsere Infanterie, um ordentlich reinzuhauen. Und jetzt sind sie auf der Flucht. Das war es jetzt gleich. Das war es jetzt gleich. Wenn wir uns das angucken hier. Ja, ja, die sind alle auf der Flucht. Das ist es gewesen. Diese Schlacht ist vorbei. Und, ja, ich glaube, wie ich die restlichen Einheiten noch verfolge und wie ich sie heile, brauche ich jetzt nicht mehr zu zeigen. Aber trotz allem, das hat jetzt sehr gut reingehauen. Das war ein ganz klarer Sieg. Und wir sehen uns dann einfach, würde ich sagen, wieder in der Kampagne. Wir können ein bisschen schneller machen hier. Da kann man das so ein bisschen sehen. Ihr seht ja, hier wird hier alles noch weggemacht, hier weggepurged und so weiter. Aber im Grunde, wie gesagt, die Schlacht hat acht oder neun Minuten gedauert. Aber ihr seht, wir haben ganz wenige Einheiten, wenn überhaupt, verloren. Und der Rest ist super drauf. Also überhaupt kein Problem. Ich würde an dieser Stelle sagen, wir sehen uns dann einfach wieder, wenn das soweit erledigt ist. Wir gehen dann zurück zur Kampagne. Und bis gleich. So, da sind wir wieder. Also, ihr habt ja jetzt die Schlacht gesehen, so ist das abgelaufen. Was zum Geier soll das? Du Sackgesicht. Boah, dich mach ich weg. Alter, dich mach ich sowas von weg. Ja, wir haben das letzte Mal ja hier ordentlich was weggemacht. Ich bin fast versucht, die anzugreifen, aber das ist, glaube ich, eher eine törichte Idee. Ja. Nee, lieber nicht. Ja. Vlad, beeil dich einfach. Schau, dass du heimkommst. So. Okay, Lioness ist sogar einigermaßen gesichert. Können wir gleich weiter ausbauen. Perfekt. So, und du schaust auch mal, dass du hochkommst. Wir machen den jetzt nämlich mal weg hier. Der Typ ist echt nervig. Okay, äh, hier. Was, was zum Geier soll das? Wieso plünderst du hier? Du hast hier nichts verloren. Boah, ist das zum Kotzen. Okay, jetzt gucken wir uns erstmal das hier an. Okay. Es, es haben alle überlebt. Was willst du denn? Lol. Es haben alle überlebt. Komm, erinnere mich. Ich schaue. Erinnere mich an mir. Dann gebe ich nämlich mal kurz dem Roten Herzog die ganzen, äh, angeschlagenen Truppen, damit die auf keinen Fall verloren gehen. So, und dann macht, äh, Manfred nämlich mal kurz hier, kurz einen Prozess mit dem Kerl. So. Ciao, du Sau. Gefangene zurückgeben. Ja, bin gerade im Überlegen. Hm, nee, nee, komm, wir bringen sie alle um. So. Das war's mit der Armee. Jetzt lass mal überlegen, was steht denn da. Krugenheim, was hatten die denn da? Krugenheim. Praktisch nicht gesichert. Ich serve Sigma. Was? Hm. Müsste Manfred eigentlich selber hinkriegen, oder? Ich meine jetzt mal im Ernst, Krugenheim zu belagern. Oh, oh, nice, Truppen. Oh, wie schön. Oh, ist das geil. Okay, jetzt lass mal überlegen. Okay, einen Wargulf hat er ja schon. Ähm, okay, hol dir nochmal Wargeists neue. Dann, äh, ja, danke lieber Hund da draußen. Blöder Köter. Ähm. So, stell mal die Kacke hier auf. So. Das ist doch mal eine Truppe, mit der sich arbeiten lässt, oder? Da erklären wir jetzt euch mal den Kreig. So. Hallo. Talar beklangt. Talar beklangt, wir machen euch kaputt. Ah, ich, ich, da brauche ich keinen Beistand. Das mache ich selber. So, euch machen wir jetzt nämlich alle. Mann zu dem Fried. Gib ihm. Aber hart. Destruh sie. Aha. Okay, das ist angeblich sogar nicht so eine safe Geschichte. Okay, jetzt, äh. Und die sterben. Warum? Der Kacke. Also, nennt mich, nennt mich ein, äh, ein Visionär, aber ich glaube, da labert Bullshit. Blutritter. Oh, Blutritter hätte ich so gern dabei. Und die Flederbestie auch. Das ist alles so teuer. Ah, fuck. Jetzt lass mich mal überlegen. Wenn wir Infanterie-technisch sind, wir doch eh überlegen. Dann legen wir die doch mal hier zusammen. Ja, Blutritter sind halt teuer. Andererseits, das ist halt die Elite-Kavallerie, ne, die man überhaupt haben kann. Komm. Wir leisten uns mal die Blutritter. Und jetzt gibt es auf den Sack. Und das machen wir selber. Oh, Leute. Oh, Leute. Das wird, oh, das wird so ein herrliches Schlachtfest. Das zeige ich. Alleine schon wegen des tollen Footages, wenn, wenn solche Rieseneinheiten einfach nur zerpflückt werden. Der hat ja gar keine Chance. Das wird lustig. Das wird sehr, sehr lustig. So, die Aufstellung ist jetzt gemacht. Also, ja, unsere Infanterie ist natürlich ein bisschen lädiert. Aber da hier die Verstärkung kommt, und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie viel da kommt. Aber das sollten wir eigentlich mit der Truppe hier relativ problemlos hinkriegen. Wir starten die Aufstellung und starten das Gefecht. Übrigens nicht wundern, ich habe hier mal die ziemlich angeschlagenen Wahrgeister auf jeden Fall da geparkt, damit da nichts passiert. Okay, das ist also die Hauptstreitmacht. Das geht ja noch. Vielleicht sollten wir erst einmal die Verstärkungen ausschalten, bevor wir dann sonst irgendwas machen. So, jetzt gerade mal gucken. Ah, oho, oho, der feine Herr. Ist das alles? Kommt da nicht mehr? Wo ist der Sack? Ah, hier ist der Sack. Okay, gut. Warte mal, wo ist denn hier mein Fluchfürst? Fluchfürst ist perfekt zum Lord snipen. Wir wären blöd, wenn wir es nicht machen würden. Deswegen snipen wir den jetzt erstmal weg. Äh, offenbar kommt da sonst nix oder sehe ich das nur falsch? Ich habe mir eingebildet, ich hätte mehr gesehen. Aber okay, hier gibt es keine weiteren Truppen mehr. Okay. Ja gut, von mir aus. Dann bringt ihn um. Just kill him. So, da lassen wir mal die Blutritter zeigen, was sie so können. Ja, vielleicht sollten wir, vielleicht sollten wir es vermeiden, mit denen anzugreifen. Die können wir noch gegen die Bogenschützen brauen. Okay, die stehen einfach nur rum und warten ab. Ja, das ist natürlich deren Problem dann. Äh, okay. Liebe Ritter, geht mal weg da, geht mal weg. Äh, vielleicht auch die Blutritter ist jetzt nicht so gesund. Ich wollte es ja nur mal ausprobieren, aber egal, vergiss es. Jetzt bitte bringt den mal um. Das kann nicht so schwierig sein. Komm, hier. Den Seelenraub rein. Ja, eine Anrufung von Nehek. Ich weiß nicht, lohnt sich das? Nein, lohnt sich nicht. Äh, komm. Äh. Was ist denn gerade? Ist der schon tot? Yes. Okay, na dann, wenn er schon tot ist. Jetzt lassen wir überlegen. Äh, wie gehen wir das Ganze an? Ich glaube, ich weiß, wie wir es angehen. Wir schicken jetzt erst einmal den Einserblock einfach in einer großen Reihe nach vorne. Und nein, langsam, bitte langsam. Den Zweiertrupp schicken wir hier so rüber. Langsam. Der Dreierblock geht mal nach vorne. Also, so ein bisschen, vielleicht so an die, ne, nicht an die Seite. Geht mal so ein bisschen nach vorne. Jetzt überlege ich gerade mal, was ich... Ah, okay. Äh, kannst du einen Seelenwind? Nein, kannst du leider nicht. Aber du kannst, äh, diese ganzen anderen tollen Sachen hier, Purpose, Sonne des Xernois und wie da ganze Bums heißt. Das sollten wir uns zunutze machen. Definitiv. Ähm. Ja, genau. Ja. Die Vaga ist. Mit denen müssen wir überlegen, was wir machen. Aber das hier, die stellen sich jetzt natürlich auf. Jetzt müssen wir überlegen, wie machen wir die am besten weg. Ähm. Ja, letztlich können wir die nur durch, durch zaubern, können wir die auf Dauer wegkriegen hier. Ja, dann machen wir mal hier so einen, äh, Zauber einfach mal inmitten der Formation rein, würde ich sagen. Na los, beeil dich, Manni. Jawoll, jawoll, so muss dem. Äh, obwohl's, obwohl's nicht so viel reingehauen hat, wie ich eigentlich gehofft hätte. Na los. Hast, hast du jetzt gerade keinen Pestatem da reingemacht, weil du gestört wurdest? Jawoll, komm, gib ihm. Das ist doch sehr, das ist doch sehr schön. Na also, du machst doch gut, Schaden. Alles supi. Guck dir das an. Manfred macht das alleine. Lol. Ich, ja, jetzt einfach, manches Mal liebe ich Manfred einfach dafür. Äh, was passiert denn hier gerade? Ah, okay, es kommt demnächst zum ersten Treffen. Aber, das geht ja noch, okay. Ja, wie gesagt, Manfred sollte einfach nur da hinten so ein bisschen Chaos stiften. Beziehungsweise, hier, komm, gib ihm mal einen Seelenraub drauf. Geht mal auf die Seite. Lol. Lol, macht er den lang. Oh, geht das fix. Der ist ja fast tot. Na, scheiß drauf. Zauber ihn einfach weg. Na, komm jetzt. So, einen Moment, einen Moment. Ich darf das erste Treffen jetzt nicht verschlafen. Ansonsten tut das weh. Okay, äh, okay, wo sind denn die, ah, okay. Na gut, dann erteilen wir einfach mal unseren Wahrgeist die Befehle, ne. Die sollen sich einfach von hinten da schön reinschmeißen in die, in die Leute hier, äh, sollen da schön was kaputt machen. Äh, hier geht ja alles noch. Wir erteilen hier die ganz normalen, standardmäßigen Befehle. Ja, der Rest kann weiterhin eigentlich so vorrücken, wie er immer vorrückt. Der Waaggolf darf sich noch ein bisschen austoben. So, die kriegen da mal alle hier ihre Befehle, damit es da auch schön rumst, wenn die Fronten dann aufeinander prallen. Ähm, genau, genau, genau. Befehle habt ihr eh alle. Super. Dann nehmen wir noch hier die Kavallerie. Und gucken mal, dass die was reißt hier. Unser Fluchfürst, ja, der darf sich auch gerne mal, äh, gegen die Schwertkämpfer reinschmeißen. Ja, Manfred, du machst das ja alles sehr schön hier. Ist der jetzt mal tot? Jawoll, der Feitlehrkommandant ist dead. Ohohoho, hat der reingezwiebelt. Alter, hat der gezwiebelt. Na, geht doch. Geht doch. Na, also. Äh, haben wir jetzt dann demnächst mal das erste Treffen hier, ja? Okay, okay. Also, ja, die, die Truppe, jede vom Gegner, die hat hier überhaupt keine Chance. Äh, das ist ja wirklich fast schon peinlich. Äh, gut, gut. Aber das sieht noch ganz ordentlich aus. Was ist mit euch hier? Äh, kann man schon irgendwie bei euch was heilen? Geht mal aufs I. Äh, okay. Achso, ne, die kann, die kann jetzt im Moment gar nicht großartig regenerieren. So, ja, der Vargulf zerpflückt hier gerade so ein bisschen. Ja, dann gehst du ihn mal da drauf. Zack, zack. Beziehungsweise, obwohl, ne, du gehst in den Nahkampf. Obwohl, ne, hier rein. Hier reinkommen. Wir müssen den mal hier so ein bisschen unter die Arme greifen. Und, ja, der Fluchfürst, der Fluchfürst kloppt sich da gerade auch ganz erfolgreich. Also, wie gesagt, wir sind mit unserer Armee so drückend überlegen. Die können gar nicht gewinnen. Scheißegal, was die machen. So, Manni. Du hast nicht zufällig noch ne, äh, ne Purpur-Sonne, hättest jetzt nicht mehr übrig. Unsere Zeit ist jetzt, äh, wohl nicht ganz falsch. Komm, hier. Manni. Komm, hier rein, bitte. Dauert nicht lange. Oh. Oh. Oh, zwiebelt der rein. Oh, oh, oh. So, Manni, jetzt darfst du auch gerne mal von hinten. Also, ihr wisst schon. Den Gegner beglücken. Und so. Ja, das, äh, war ne komplette Vernichtung. Aber was für ne komplette Vernichtung, Alter. Also, die Verluste sind ja wirklich minimal. So, haben wir noch Kavallerie zum Verfolgen. Ah, okay. Wird hier schon fleißig gemacht. Die Wargeists müssen auch mal was machen hier. Wir müssen auch mal so ein bisschen verfolgen. Sperrträger, 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 Sperrträger zu verfolgen, lohnt eigentlich fast immer. Da sind mal Bogenschützen. Gibt's hier noch irgendwas hier? Naja, gut. Ist jetzt nicht so wild. Manfred kann da gerne nochmal reindrücken. Also, null Problemo. Aber null. Manje ist schon wieder fast Full Heal. So, jetzt verfolgen wir den noch so ein bisschen. Und dann, ja. Heilen wir demnächst nochmal so ein bisschen dagegen drum. So, dann, äh, heilen wir mal die Kollegen hier. Nochmal ein bisschen mehr Magie aus dem Boden ziehen. Ist ja alles kein Problem. Kriegen wir doch alles locker hin. So. Oh. Wir können euch sogar noch zum Aufputzen hier benutzen. Ja, mit denen haben wir jetzt halt echt übel den Boden gewischt. Das muss man schon so sagen. Ich finde das einfach so geil, wie Manfred immer so seine Beschwörungen rülpst. So. Na, sieht doch sehr gut aus. Kommt mal hier zurück. Die Blutritter, die brauchen noch ein bisschen Heilung. Supi. Sieht doch schön aus. Die haben minimal Punkte verloren, aber, naja. Wie gesagt, alles nicht so wild. Nochmal höhere Reserven. Hier, komm. Keine Ahnung. Gib, gib, gib irgendwem halt eine Heilung noch mit. Was weiß ich. Ist eigentlich auch völlig egal. So. Kommt ja eh alles, kommt ja eh alles wieder zurück. So. 10 Sekunden, 9, 8, 7, 6. Vielleicht kriegen wir noch eine Heilung durch. Ist zugegebenermaßen ein bisschen cheesy, aber... Ah. Da gäbe es gar nicht mehr zu tun. Ich glaube, sehr viel zum Regenerieren geht hier gar nicht. Also, die Einheiten hier sehen mir alle ziemlich Full Heal aus. Da gibt es eigentlich nichts mehr, ne. Ne. So. Gibt es auch nichts mehr, ne. Ein entscheidender Sieg. Das ging jetzt total easy. Überhaupt kein Problem. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder. Vielen Dank.